So, hello, heute spielen wir mit dem Master Billardinos. So, was gibt's hier? Okay, äh, okay, ist instant gestimmt worden, Vulkanausbruch. Okay, Vulkanausbruch, ähm, kann ich mir gut vorstellen hier, ähm, ich mach mal hier, ich mach mal Cobblestone, äh, schnell, schnell, schnell. So, wir haben 10 Minuten Zeit, ich hoffe, das geht sich alles aus, geht sich safe alles aus. Ich mach hier Cobblestone als Boden, dann mach ich mal, äh, öffne, okay, äh, das ist ein Tutorial. Aber Tutorial brauchen wir heute nicht, nämlich, ich weiß nicht, wie ein Vulkan baut, das brauchen Lava, äh, das brauchen wir unbedingt, irgendwie, Red, irgendwas Rotes, irgendwie das, oder, Concrete geht nicht, oder? Ne, es geht nicht. Äh, Orange, irgendwas Orangen, das brauchen wir für den Dings, das geht wahrscheinlich auch nicht. Ne, das geht auch nicht. Ähm, brauchen wir viel Cobblestone, verschiedene, ähm, Steinarten hier. So, dann baue ich mal hier irgendwie, ein Obsidian brauchen wir auch, aber ich baue mal hier irgendwie den Grund, also den Grundriss des Vulkans hier praktisch. So, bisschen rund, muss ich groß sein, so, so, bam, bam, so, muss auch nicht richtig symmetrisch sein, das passt schon hier irgendwie so. Äh, so, jetzt irgendwie einfach ein Grundriss von so einem kleinen Vulkan hier. So, bam, 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 hier irgendwie, ich muss ein bisschen schneller bauen, ich hab mir sehr gut hier vorgestellt, ähm, so, muss ich halt schnell bauen, Ah, gut, neun Minuten sind nicht so viel, ja, aber wir haben eigentlich die Zeit der Welt hier, also eigentlich passt das hier so. Ich kann den Vulkan hier immer wieder hier ausbauen, hier. So, ähm, das ist außen herum, muss ich sowieso mal machen, nachher am Ende hier. So, dann baue ich hier irgendwie mal hoch. Ich stell mir das richtig gut vor, aber ich weiß nicht, ob das so gut wird hier. Aber keine Angst, äh, ist erst mal Glucopplestone, weil ich, äh, erst mal den Grundriss von so. Äh, so, so, ich muss ein bisschen schneller bauen hier, ähm, so, innen wird es eh nachher anders auch aussehen, also keine Angst und keine Sorgen, bitte. So, jetzt hier am Ende noch ein bisschen weit nach oben hier. Das hier, weil hier ist nämlich so die Lücke hier, also so, wer ist das? Das Loch hier oben, die Spitze des Vulkans. Doch, das geht ja eigentlich hier, so ein kleiner Miniatur-Vulkan. So, jetzt muss ich da schnell hier irgendwie ein paar Steine hier einbauen, was nicht so cobblestone-ig aussieht. So, ein bisschen Cleanstone hier überall rein. Oder soll ich die Details am Ende machen? Ich glaube, ich mache es am Ende hier. So, äh, ein bisschen das noch hier rein. Dass es nicht so, ähm, normal aussieht. Das soll jetzt irgendwie special hier aussehen. Richtig cool hier. So, bam, bam, hier oben noch ein bisschen. So, jetzt kommt gleich die Lava nämlich. Da kann ich auch ein bisschen sowas reinbauen. So, Abwechslung halt zwischen allem hier. So, bam, 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 so. Schau, doch, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Unten baue ich noch irgendwie ein paar Dörfer oder so, die niedergebrannt werden, praktisch, von der Lava oder so. Jetzt baue ich irgendwie die Spitze hier. Das soll ich nämlich so, irgendwie so, als ich schon Lava rausrinnt oder so. So, keine Angst, da unten das mache ich noch. So, jetzt hier irgendwie so. Es soll hier praktisch so Lava darstellen, die irgendwie so runterrinnt. So, irgendwie so passt das schon. Nachher hier noch irgendwie, äh, paar Akzente oder, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Akzente hier. Mit, ähm, Rot nämlich hier. Ich glaube, ich baue das so, dass ich, ähm, okay, sechs Minuten noch, das passt schon hier irgendwie so. Aber wir haben den Grundriss hier schon. Nachher noch mit, das Qualm und so, das muss ich auch noch alles machen mit Partikel. Aber ich glaube, das wird gut aussehen hier letztendlich hier. So, jetzt muss ich innen das alles noch machen hier. Das mache ich, glaube ich, mit Obsidian. Obsidianary Dino. Ähm, ich glaube, ich muss da außen nochmal, äh, das Dings machen. Hier, was neu machen. Das ganz außen herum muss ich, glaube ich, eins weiter, dass man das Dings nicht sieht hier. Äh, jetzt brauche ich es so. Also wenn man das Obsidian hier nicht sieht. Das darf man nämlich hier nicht sehen. So, genau. Es soll schon irgendwie passen hier. So, jetzt brauche ich innen alles mit Obsidian runter. So, einfach hier alles schnell, äh, auskleiden hier. Bisschen so. Alles hier schnell mit Obsidian auskleiden. Nämlich. Dann bauen wir hier innen Lava ran. Aber ich glaube, wir müssen, ich glaube, innen darf nichts so wild sein eigentlich. So, einfach hier irgendwie bauen, bauen, bauen. Jetzt muss ich dir mal alles symmetrisch sein. Das passt schon irgendwie hier so. So, bam, bam, bam. So, irgendwie passt das hier schon. Doch, das passt schon so. So, boys. Und hier unten noch irgendwie, äh, so. So. Und jetzt noch Lava. Aber habe ich eh hier. Irgendwie passt das schon hier. So, doch, das passt schon hier irgendwie. Jetzt brauche ich noch irgendwie mit Glas hier. Oder hier mit Stiegen kann ich solche Akzente auch so machen. Was cool aussieht hier so. Irgendwie kann ich das machen hier. Ganz schnell. Oh, hier steht, hier fehlt ein Block. Oh, oh. Vier Minuten noch. Ich baue gleich noch das Dorf. Das ist ganz schnell hier. So, hier darf nichts offen sein hier. Also, wenn ich das Obsidian von innen sehe. Eigentlich sieht unser Blockant gar nicht so schlecht aus. Wirklich. Das könnte wirklich was Gutes werden hier. Ist auch ein Slap. Kommt das so ein Slap. Und hier vielleicht sowas noch. So ein Slap. So, hier ein bisschen solche Slaps drauf. So, vier Minuten noch. Das geht sich, glaube ich, alles aus hier. Also, keine Sorge. So. Doch, das sieht eigentlich richtig cool aus hier. Manche machen wahrscheinlich einen Berg einfach, wo Lava rauskommt. Aber ich mache sowas cooles. Das ist einfach cool aus. Seht's. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Ehrlich hier. So. Dann baue ich das ab. Hier irgendwie. Also, der Berg so unregelmäßig hier aussieht. Wie soll ich jetzt sagen? Doch, ich glaube, unregelmäßig ist das Wort hier. So, doch, das passt schon hier. Hier noch so ein Block. Hier, hier. Okay, jetzt muss ich noch unten irgendwas machen. Und oben noch mit Glas. Hier, mit Glas. So. Jetzt baue ich noch irgendwie so. So. Dann baue ich das ab. So. Dann baue ich das. So, hier irgendwie. Sehr kleine Dings hier sind. So. Und hier noch so. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen aufwendig gerade. Ich wollte eigentlich noch das Dorf bauen. Aber egal. Das wird schon hier irgendwie passen. Ich baue noch schnell das Dorf hier. Ich baue noch, dass der es, ähm, es niedrig gebrannt wird. So, hier noch irgendwie. Oh, oh, ich glaube, das wird sehr knapp hier. Ich will jetzt nicht alles hier so, ähm, Dings haben, dass das nicht alles so glatt hier ist. Soll nämlich auch hier kleines Dorf drinnen sein. So, dann baue ich hier irgendwie ein kleines Dorf. So, hier irgendwie das normales Holz hier. Das hier gerade am Brennen ist, das Horst. Jetzt braue ich noch irgendwie Flint. Äh, Flint, Flint, Flint hier. Das hier abbrennt. Das hier so abbrennt hier, was es so aussieht. Ich glaube, das brennt nicht ab, oder? So, hier einfach kleine Häuser hinbauen. So, ähm, was nicht alles so offen ist. So, irgendwie ganz schnell hier kleine Häuser hinbauen. So. Kleines Hase ganz schnell hinbauen. So, ganz schnell hier, so, bam. So. Kleines Haus hier, noch kleines Fenster hier. Glas. So, Glas, Glas. Glas, hier ist Glas. Und jetzt höher. So, ich habe gerade Capster gehangen gehabt. So, irgendwie sollte das ja schon hier passen. So, nachher irgendwie, so, das Haus so ungefallen aussieht. Muss auch hier irgendwie das hier weiterbauen. So, äh, hier noch schnell ein kleines Haus. Nachher hier noch schnell flint, 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 flint. Schaut, dass es hier so anbrennt. Hier auch noch. Und hier. Das passt schon hier irgendwie. Irgendwie der Vulkan ist gar nicht so schlecht aus, wirklich. Und mit dem kleinen Haus hier. Okay, das ist so der Standard. Das ist so der Standard hier. Ja, es kriegt. Es kriegt ein... Kacka, äh, für 10 Minuten ist das halt nichts. Ich meine, ich werde bei einer schon wirklich cooler aus, eigentlich. Schreibt da auch eine... This is for 10 minutes. Okay, okay. Ähm, das ist der nächste... Creeper heißt der Lark. Okay, was ist das nächste? Äh, bei Vulkan-Ausbruch. Was ist das? Das ist in dem Leben Vulkan-Ausbruch, oder? Außerdem ist das Pixel-Art hier. Äh, das ist kein Vulkan-Ausbruch. Also, leider... Nichts hier. Das ist einfach irgendwie... Keine Ahnung. Drache, glaube ich, ist das? Also, das sieht irgendwie komisch aus hier. Ja, schreibt auch in einen Chat. This is not a volcano. Okay, okay, okay. Also, das nächste... Abschauen heißt der. Ähm... Okay, lol. Naja, der... Es geht... Doch, es sieht schon cool aus, aber nee. Keine Ahnung. Irgendwie nichts gegen meins. Es klingt nicht gut. Aber es klingt nicht okay. Der sieht irgendwie komisch aus. Also, der guck macht's. Ähm... Ah, keine Ahnung. Ich find's nicht zu cool. Warte mal, kann man hier rein? Okay, man kann nicht hier rein. Okay, okay, okay. Äh, okay. Das ist ein Klassiker. Das heißt... Es klingt nicht okay. Weil es ein Vulkan ist und auf einer Insel ist es auch gut. Hm, es klingt okay. Weil es halt hier Dings ist. Aber ich meine, im Vulkan kann man auch rein. Das ist auch richtig lauer drinnen hier. Ich meine, es geht. Genau, ich hätte auch noch so eine Grasor dazu machen können. Was ist das nächste? Ist das nächste meins? Okay, nicht meins. Was ist das schon wieder? Ist das eine Schlange oder so? Es sind auch die Leute, die irgendwie nichts machen können. Nichts bauen können außer einen Drachen. Das sind die Leute einfach. Jeder baut einfach einen Drachen. Der eine Tipp, Minecraft, schreibt auch, why everyone? So. So, was ist das nächste? Okay. Ja, okay. Das ist so ein Klassiker. Ah, es kriegt... Es kriegt Kacke, weil es ein Dings ist. Weil es ein Vulkan ist. Aber es tut richtig komisch aus hier. Vor allem auch der Boden hier. So. Vulkanos are not made from Obsidian. Das heißt, das Vulkan ist ein Dicht aus Obsidian gemacht praktisch. Oder Obsidian, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Und jetzt ist das... Das hat mehr oder weniger das selbe Taktik, als ich gemacht. Aber naah. Es kriegt ein Okay, weil es irgendwie auch hier verloschen schon ist. Mehr oder weniger. Es kriegt ein Okay. Doch, es kriegt ein Okay eigentlich. So, was gibt es hier noch? So. Nächste ist vielleicht ein Meins eventuell. Wahrscheinlich. Oder ist es nichts als Meins? Ich glaube, oder? Ja, es ist nichts als Meins. Aber es ist actually cool, finde ich. Doch, ich finde es cool. Man kann auch hier in den Vulkan rein. Man kann auch hier rein. Aber eigentlich finde ich es cool, ja. Das ist doch pretty cool. Also pretty good, ja. Weil auch die Häuser, das war eine gute, äh, gute Dings, ja. Gute, äh, ähm, okay, lol. Der, ja, gut. Also, oben nicht, äh, dich zuhör. Es kriegt ein Okay, ich mein, ja. Aber der hat das gut gemacht, auch mit der Insel und so. Mit Klostern ist irgendwie cool. Ähm, naja. Ja, es geht halt. Aber ich bin erstaunt, wie viel er hier Vulkan irgendwie, äh, gut machen können hier. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Was ist das? Was ist das? Und Steve da, nee, war? Äh, es kriegt, es kriegt ein Kacke. Es kriegt ein Kuh, äh, es kriegt ein Okay, weil, äh, es ist ein Dings. Ein Vulkan, es kriegt ein Okay. Weil es ein Vulkan ist. Und der Steve hier. Why, why is the person bigger than the Vulcano? Das heißt, warum die Person hier größer als der Vulkan ist. Oh, was ist das hier? Was ist das? Okay, da, da. Oh, nein, ich will nicht reporten, aber das kriegt so Kacke. Ehrlich, was ist das? Das ist kein Vulkan. Das ist nur irgendwie Lava, Lava Brunnen oder so. Schau, das wie ein Lava Brunnen. So, was? Okay, Miro, äh, Johannes heißt der. Oder Johannes. Äh, was ist das? Let me win. Let me win, okay. Super, Kacke, weil es auch nicht das Thema ist, aber, nein, ich lasse ihn nicht. Der macht sogar Legendary, Lul. Der macht auch Legendary. Der macht auch Legendary, was? Als ob wir alle jetzt Legendary machen. Oh, oh. Ich hoffe nicht. Okay, 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 okay. Aber ich hoffe, der gewinnt nicht. Ich wette, der gewinnt wirklich, weil ich drei auch Legendary gegeben habe. Oder haben sie nur so getan? Oh, Leute, der sieht cool aus, aber ich finde meine immer noch cooler, weil der kriegt direkt einen Goose. Was? Auch gut ist irgendwie mit Wolle und so. Das ist auch eine gute Idee hier, ähm, mit Wolle zu arbeiten. Als nächstes wird wahrscheinlich... Ja gut, meins war schon. Aber ich finde meins irgendwie cooler. Äh, I love the shape, ja, die Form ist halt wirklich cool hier. Wenn er war halt unten breiter hier. Oh mein Gott, was ist das? Ah! Ich hab halt gesagt, auch die Standards, äh, Vulkane werden auch immer irgendwie mit Lava immer sein, aber... Wie auch hier. Too much Lava, schreibt auch einer, ja. Only see Lava. Er ist halt nur Lava hier. So. Jens Waffle. Okay. Okay, Leute, es gibt sogar Master. Oh, ich bin 8er Platz, als ob ich 8er Platz bin. Okay, meins war eigentlich am coolsten, äh, deine Werte, 44. Ja, lasst unbedingt ein Like und ein Abonnenten für mehr Minecraft Master Builders. Ja, lasst unbedingt ein Abo und ein Like da. Und, oh, ich bin nächste Lobby-Trip-Hoptern. Und, ciao! Ciao! Outro